einen wunderschönen guten morgen hallo und herzlich willkommen zum market front hallo an alle club mitglieder hallo an alle gäste wir starten direkt ein mit einem blick auf die märkte was war los letzte woche was wird los sein diese woche wir machen den blick auf die wichtigsten ergebnisse die wir letzte woche in den aktien gesehen haben und schauen uns so ein bisschen die letzten bewegungen im markt an wir starten also mit dem marktupdate womit starten wir ja mit dem dax wie immer und der dax fängt gerade an einen neuen trend zu bilden kann man so sagen wir sind zwar heute etwas im minus kann man sagen wir sind knapp ein prozent glaube ich aktuelle minus schöne bewegung für trader aktuelle markt für investoren sind wir immer noch in trendlinie kann man sagen oder für alle die in längeren trends sind wir sehen hier oben diese ältere trendlinie die durchbrochen wurde ja vor einigen wochen hier beziehungsweise vor einigen tagen hier sehen sie 1 2 3 4 5 tage das war die letzte woche die wir hier den den trendbruch gesehen in der wien den trendbruch gesehen haben blau markiert wieder die neue letzte woche und seit der hat sich hat hier angefangen neuer trend zu bilden eine stabilisierungszone zu bilden was ist aktuell los ja wir haben neu wahlen in frankreich ziemlich viel tumulte das schließt aktuell noch nicht so wirklich auf die aktienmärkte muss man sagen zumindest nicht auf die deutschen aktienmärkte wir sehen das gleich noch mal wenn wir auf den französischen kack schauen dass es dort ein bisschen schwieriger aussieht wir haben negativen geschäftsindex der evo geschäftsklima index ist deutlich schwächer als viele das erwartet hatten das momentum ist zwar ein bisschen besser geworden im dienstleistungssektor allerdings schwächt es sich dafür im verarbeitenden sektor ab und das war eigentlich genau der sektor der in der letzten zeit so ein bisschen momentum aufgebaut hat sehen wir auch gleich noch mal positiv dafür ist aktuell die entwicklung im zollstreit mit china dort zeichnet sich zumindest eine etwas positivere anbahnung oder einigung ab gestern hat das die autowerte relativ positiv bewegt sind alle knapp ein anderthalb prozent im plus gewesen wenn wir aber auf das große bild schauen sehen wir unten immer noch der macd negativ der si auch im minderen nicht überkaufen oder über verkaufen territorium aber territorium aber wir sind hier ja auf einem abschweifenden trend kurzer blick auf den geschäftsklima index ja und hier sehen wir halt die aktuellen erwartungen und natürlich das vergangene momentum wir sehen ja der hat sich die letzten wochen ja eigentlich oder monate nach oben gemausert wir sehen dass in dieser roten linie die auf einem leichten aufwärtstrend war betrieben insbesondere auch wie sagt vom verarbeitenden gewerbe das hat sich jetzt wieder abgeschwächt der gesamtindex hat sich auch wieder abgeschwächt handel ist auch ebenfalls stark betroffen gewesen das einzige was vielleicht mal positiv gewirkt hat und das ist doch das was dann den index aktuell etwas stabilisiert hat ist dann der dienstleistungssektor und der hat zuvor etwas probleme gemacht der scheint leicht positiv zu sein allerdings muss man sagen ja sind die index erwartungen alle nicht sonderlich rosig und wir sind wirklich auf einem eher negativeren trend und freuen uns doch mal rüber wenn wir mal wieder etwas positiveres territorium erreichen wir gehen weiter zur zehnjährigen bundesanleihe was war da so los ich muss sagen ich habe hier fast das gleiche chartbild von der letzten woche drin gelassen hier war nämlich gar nicht viel los die sind weiterhin stabil um die 2,4 prozent ich habe es mal eingezeichnet und ich habe es deswegen auch den wedgie hier mal so gelassen wir haben letzte woche den ausbruch aus dieser zangen bewegung gesehen nach unten abgesagt auf 2,3 prozent rendite auf der zehnjährigen bundesanleihe und seitdem hat sie sich genau um diesen punkt eigentlich stabilisiert wir haben weiterhin an die erwartungen an weitere zinssenkungen dieses jahr und man muss sagen aktuell ist da nicht so wirklich viel los spannender es ist dafür gerade wirklich was in frankreich los ist und insbesondere das thema halt neuwahlen trifft ist da ziemlich auf den kopf denn wir haben seither einen spread der sich ausweitet zwischen den zehnjährigen anleihen in deutschland und den zehnjährigen staatsanleihen in frankreich was bedeutet das das bedeutet es gibt immer wieder den einen aufschlag für das eine land gegenüber dem anderen land das hängt sehr sehr stark hat insbesondere davon ab wie gefährdet man das land sie seine schulden auch wirklich zurückzuzahlen denn die zinsen die sind ja einheitlich oder sehr einheitlich vorgegeben auch von der ezb und dementsprechend auch die zins erwartungen für deutschland und auch für frankreich gleich allerdings sehen wir halt seitdem es hier diese neu wahlen angekündigt wurde weitet sich der spread aus das heißt es gibt einen immer größeren aufschlag hier für die französischen staatsanleihen und das ja zeigt so die auch stark zunehmende unsicherheit was den wirtschaftlichen markt da betrifft aber auch natürlich was die neuen politischen verhältnisse gegenfalls betrifft ähnlich übrigens spannend wir sehen es hier rechts die neu wahlen die in england in uk angekündigt wurden die haben sich mehr oder weniger gar nicht ausgewirkt auf jetzt hier die entwicklungen oder auf den spread zwischen deutschland deutschland und england und das obwohl natürlich hier mittlerweile andere zinspolitiken vorherrschen und man in der letzten woche die leitzinsen in england nicht verändert hat es trifft übrigens nicht nur die anleihenmärkte in frankreich sondern auch wie gesagt den kack 40 den leitindex aus frankreich da sehen wir hier auch einen deutlichen absacken das hat viele große werte auch getroffen die eigentlich in den letzten jahren sehr positiv unterwegs war luxus konzerne die ja relativ stark auch sind in frankreich die so ein bisschen darunter gelitten haben einfach unter diesem umbruch denen ist hier gerade ein bisschen zu geben scheint also die politische unsicherheit trifft tatsächlich auch den gesamtmarkt stärker nämlich der absprung hier als im vergleichs index der hier mal von bloomberg ausgegeben wurde wir sehen also ganz deutlich dass hier eine bewegung stattfindet allerdings nur in europa wenn wir jetzt auf den s&p 500 auf die usa schauen da ist der trend nicht zu sehen zumindest nicht die auswirkungen jetzt von neuwahlen in frankreich zu sehen also was in europa passiert bleibt aktuell in europa zumindest was diese auswirkungen betrifft ganz grundsätzlich muss man sagen ist der s&p 500 hier weiter in einem aufwärtstrend auch hier habe ich das chartbild eigentlich gar nicht verändert von der letzten woche wir sehen hier diese bewegung die wir eingezeichnet haben exakt die gleiche das gleiche momentum ist geblieben in der woche gab es so ein bisschen bewegungen das sehen wir hier auch schon abschwünge nachdem welcher sektor vorgeherrscht hat im kern muss man aber sagen leichter positiver trendverlauf wir sind hier noch mal 0,6 prozent im plus gewesen trotz des aufs und abs der letzten woche werden großen verfall am letzten freitag die chipwerte sind so ein bisschen unter druck gekommen zeigt sich aber nicht wirklich hier im großen bild ein bisschen problematischer ist da eigentlich das thema konsum klima das schwächt sich nämlich gerade deutlich ab insbesondere auch in den usa für die aktienmärkte dann aber wieder positiv denn hier erwartet man durch ein schwächeres konsum klima auch dann vielleicht schneller sinkende zinsen eine sache ist in der letzten woche jedoch auch noch passiert und da wollen wir noch mal kurz drauf blicken und zwar ist nvidia ja mittlerweile die welt vollste firma der welt gewesen an der stelle denn sie hat dann zum ende der woche noch mal eine ganze ecke was man ja wert verloren hat frei letzten freitag war es glaube ich der gesamtwert von sap wir haben am montag also gestern auch noch mal so einen abschwung im markt gesehen also ein bisschen was an gewinn mitnahmen ein bisschen was in konsolidierung jetzt muss man aber sagen man kommt hat von sehr sehr hohen niveaus in den letzten wochen ist man trotzdem immer noch deutlich positiv hier im trend aber was wir sehen können ist dass nvidia halt zumindest eine zeit lang hier auf platz eins stand momentan wechseln sich die drei obersten ja so ein bisschen ab man sieht auch was sie für den vorsprung mittlerweile haben von dem volumen gegenüber platz vier also google hier knapp 1000 milliarden quasi hinten dran an wert trotzdem sieht man auch hier den zugewinn in diesem jahr aber natürlich 173 prozent year to date von nvidia ist natürlich wieder unschlagbar insbesondere weil es in den letzten jahr ja auch schon mal eine verdreifachung des wertes gab hier unten übrigens auch pharmakonzerne über die wir letzte woche gesprochen haben und sehr sehr spannend muss man sagen hier sieht man wie lange es jetzt gedauert hat für eine unternehmen von einer ein bis zwei zu einer von einer ein billion bis zu einer zwei billionen company zu werden also von 1000 milliarden zu 2000 milliarden man sieht hier apple microsoft haben das schon relativ schnell das ganze gemeistert nvidia dafür unschlagbar insbesondere von zwei zu drei billionen sieht man hier noch mal 96 tage nur also es ist schon sehr sehr starkes momentum bei nvidia vorhanden haben wir schon öfter darüber gesprochen hier noch mal so in zwei drei anderen metriken zu sehen noch ein blick auf das konsum klima und das ist das was ich angesprochen habe da fühlt man sich gerade gar nicht so richtig wohl in der wirtschaft denn ja das ist das was die universität auf michigan jetzt rausgegeben hat dass das konsum klima halt doch abnimmt auch nachdem es jetzt hier einen positiveren trend im verlauf des letzten des letzten jahres oder auch dieses jahrestrends eigentlich gegeben hat es hat sich ja doch schon ab deutlich abgeschwächt abgeschwächt und das ist gerade eher positiv zu sehen wenn es um das thema zinssenkungen geht allerdings muss man natürlich hier immer wieder die waage halten mal gucken wie fett wird gerade wieder etwas offener auch für weitere zinssenkungen das zeigt sich aktuell aber noch nicht in den 10 jahresanleihen die sind eher weiter stabil auch hier habe ich das chartbild ganz genauso gelassen wie in der letzten woche man sieht hier sind wir weiterhin in diesen wedgie drin in dem größeren der kurs hält sich auch relativ stabil hier in diesem bereich wir haben dann noch eine 4,2 eine relativ starke unterstützung die hat man hier gesehen und den top aus dem februar ein tiefpunkt hier im april also wir haben da noch ein bisschen was an weg zu gehen und die ja daten müssen da auch noch konkreter werden auch die stimmen der fetten member müssen am ende konkreter werden mal gucken was das nächste quartal dann bringt die nächsten zahlen die im nächsten quartal rauskommen in der jetzigen quartalsaison gestartet für das q2 spannend ist es auch tatsächlich ganz im dow jones wir haben da natürlich nicht dieses super starke momentum was wir in den anderen werten gesehen haben einfach weil hier den tech sektor fehlt also s&p 500 oder auch nestek den wir uns gleich anschauen sehr getrieben von den großen technologie werten das momentum ist halt weniger stark vorhanden hier im dow jones trotzdem bildet auch eher hier einen neuen aufwärtstrend kann man sagen auch hier ähnliches chartbild wir haben noch den alten aufwärtstrend der aktuell so ein bisschen als widerstand gilt nachdem wir hier durchgebrochen sind ja münzt sich der chart eigentlich die ganze zeit an diesem oberen trendkanal hängt jetzt wieder hier knapp an diesen 39.500 punkten muss man sagen auch hier fokus sehr sehr stark natürlich auf das was die künftigen berichtssaison zahlen bringen wer ist so ein bisschen außerhalb des trends unterwegs kann man sagen ja der nestek erneut auf 9 allzeit hoch ich habe es gerade angesprochen in video hatte es geschafft in dieser woche das zu wertvollsten und zum wertvollsten unternehmen der welt zu gehören oder zum aufzusteigen kann man sagen wir sind dann bei einem allzeithoch bei fast 19.958 punkten angekommen danach gab es einiges an gewinn mitnahmen auch wie gesagt der chip sektor der dann unter druck gekommen ist broadcom in video nach sehr sehr starken wochen jetzt leicht konsolidiert man sieht aber im kern ist es eher eine gesunde konsolidierung der rsi war hier auch überkauft und jetzt auch schon eine gewisse zeit lang überkauft ist jetzt wieder in den gesünderen bereich zurückgekehrt der macd weiterhin noch positiv deutet so eine leichte konsolidierung ja ab aber diesen schwung haben wir auch schon mal im anfang mitte juni gesehen neue impulse hier sehr sehr stark halt getrieben durch die jetzt startende berichtssaison wie ist es in china auch hier exakt gleiches chartbild also ihr merkt so aktuell fehlen so etwas fehlt so etwas an impulsen im markt auf einzelwert ebene sehen wir gleich zwar ein bisschen was aber auch der größeren ebene fehlt es aktuell so ein bisschen an nachrichten und impulsen da wartet man eher auf das was wirklich sehr sehr stark kommt der macd ist daher weiterhin negativ im hang seng konsolidiert weiterhin hier um diese 18 tausender linie an der ab und zu auch immer wieder hängt dann gibt es positives momentum durch mal wieder spannende wirtschaftsdaten auch aus china zuletzt aber eher wieder etwas negativer weil doch irgendwie die die staatliche unterstützung die ja so langsam eigentlich das momentum bereitet hat so ein bisschen auf die marktstimmung drückt weil sie fehlt oder das größere ausmaß hier fehlt trotzdem grundsätzlich der trend hier weiterhin positiv und man muss sagen im nick gibt es auch nicht wirklich viel neues wir konsolidieren hier ebenfalls um das alte allzeit hoch es zeichnet sich allerdings eine festere zinspolitik ab weil der yen auch wirklich immer weiter abspricht allerdings auch hier wenig neue news und wir sehen das auch am volumen das geht hier aktuell deutlich zurück im vergleich zum wochen zuvor so